Ja, da schauen wir gar nicht zurück, sondern wir haben eine neue Mannschaft mit ganz vielen neuen Gesichtern. Unsere Saison wird jetzt nicht am ersten Spieltag gemessen. Wir lassen uns daran messen, dass wir am Ende den ein oder anderen oben rausbringen werden, der ankommt, der vielleicht näher zur ersten Mannschaft zurück und der erste Spieltag, das ist halt nach einer Vorbereitung, die bei uns relativ kurz war. Wir waren jetzt vier Wochen in der Vorbereitung und haben ein Minimum noch zwei Wochen vor uns und dann werden wir schauen. Ja, natürlich erst mal drei Punkte, würde ich sagen. Und sonst einfach das umsetzen, was wir in der Vorbereitung trainiert haben, die Spielzüge, die wir eingeübt haben und einfach gut spielen und gewinnen natürlich. Wir sehen es gar nicht als Saisonspiel als er, sondern bei uns ist es ein Vorbereitungsspiel, weil wir eigentlich noch die nächsten zwei Wochen noch mit in der Vorbereitung sind. Ihr habt jetzt auch gerade beim Training gesehen, wir nehmen da auch keine Rücksicht, sondern wir machen Läufe, intensive Läufe. Unsere Einheiten gehen knapp an die zwei Stunden und von daher meistens auch drüber. Und Lok Leipzig kommt jetzt, wie jeder andere Gegner hier. Und wie in den anderen Gegenden wollen wir auch Lok schlagen.